Wir fahren ein nach Woltersdorf im Jahr 2011. Mal heute fahren Woltersdorf zum Prinzip ein. Ich kenne nur das Wolterspilsener. Das ist aber irgendwie aus Braunkweich, wo das herkommt. Das haben wir früher immer gesoffen. Deswegen sind wir auch jetzt so beknackt. Woltersdorf, kleine Ecke hier, schon gleich zu Ende. Nichts soll es. Hier noch so ein paar Aussie in der Höfe. Den nehmen wir noch mal mit. So, ein bisschen kommt da noch. Platoffeln gibt das hier und Erdbeeren und Eheck. Vielleicht auch nicht, ich glaube es nicht. Denn das kommt aus dem Ausland. Eheck kommt ja aus Spanien, das ist der Wiesn. Von den nordafrikanischen Erntehelfern. Das war Woltersdorf. Das war wohl der Sturm. Das war von Wiesn. Das war wohl der Sturm. Das war wohl ein anderer Lauf. Das war wohl der Sturm. So gut.